Willkommen, uch, ich guck in die falsche Kamera, da muss ich reingucken. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Amnesia The Dark Descent. Wir haben den Maschinenschlüssel gefunden in der letzten Folge, yeah! Ich glaub es nicht, den wir jetzt natürlich nutzen werden, um den Fahrstuhl wieder zu reparieren. Ich bin gespannt, was uns im Maschinenraum noch alles so erwartet. Ich hoffe du auch, na? So, und ich sitze irgendwie noch nicht so richtig so, ah ja, so ist es glaube ich. Ich glaube so kann man das mal lassen. So, willkommen im Maschinenraum. Ich habe ganz schlimme Erinnerungen am Maschinenraum, wenn ich das hier gerade sehe. Oh Gott, fürchterlich. Oh ja, ich habe schlimme Erinnerungen. Ich würde es gerne selber lesen, danke, vielen Dank. So, verfolgt, Daniels Tagebuch. Eins von drei. 5. Juli 1839, heute bin ich auf der Suche nach Antworten zur Universität gegangen. Ich schaffte es, in Herbert's Büro zu schleichen und ein Adressbuch sowie einige wichtige Bücher mitzunehmen. Professor Taylor von den Geschichtsfakultäten, Fuckeltäten würde ich sagen, war sehr hilfreich und ich schaffte es, das Thema der Kugeln anzusprechen. Der interessante Aspekt war, dass sie offenbar viele Spuren in unserer Kultur hinterlassen haben. Die geheimnisvollen Kugeln haben vielleicht sogar den Reichsapfel inspiriert, der bis heute ein Teil von so viele königlicher Insignien ist. Früher war die Kugel für Priester ein Symbol der Sonne und ihrer Kraft. Als ich gerade ging, hörte ich eine beunruhigende Unterhaltung mit Sir William Smith, der Geologe, wurde gestern Abend getötet. Es war kein zwei Wochen her, dass ich ihm um seinen fächlichen Rat, fachlichen Rat, Entschuldigung, fachlichen Rat gebeten habe. Ich weiß, es ist unsinnig, aber ich fühle mich irgendwie verantwortlich dafür. Ich weiß, dass da die Beste stand. Die, die Beste. Es reicht. Ach, guck mal an. Warte mal, da haben wir doch, äh, wie war denn das nochmal? Kann ich hier irgendwie Licht machen? Ah, hier. Oh Gott, römische Zahlen. Eins, zwei, drei ist klar, vier ist auch klar. Oh Gott. Wir hatten doch so einen Tagebuch-Eintrag, ne? Notizen, nee, Tagebücher, äh, Mementos, nee, Notizen, ne, oder? Nein. Hier, Anleitung. Oh Gott, folgendes Anzeichen. Hoch 8, runter 8. Ai, 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 ai. Stubimio, ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play, live schon zum Live-Let's Play von Amnesia. Hoch 8, runter 8. Hoch 8, runter 8. Das muss also 8 ergeben. Das wollte ich gar nicht. 4, 5, 6, 7. 8. Das sind 4, das sind 5. Das passt nicht. Warte mal. V und Strich nach dem Dings ist doch, müsste doch 5 sein, oder? Nee, 4. Und V ist, warte mal. Nee, 5 ist das, ne? 5. Warte mal, 5. 6, 7. 8, 3. 4. Warte mal. Äh. Oh Gott, römische Zahlen. Warte mal. V ist, ist 5, ne? Oder? Oder riech mich da? Müsste, müsste 5 sein, oder? Warte mal. Wenn V5 ist. 5. 6, 7. Und die 1 sind 8. Dann ist das da unten. 4, 5. Aber wir brauchen ja 8 und 8. Also, warte mal. V5. Äh. Äh. Das stimmt. Das stimmt. Hä? Das stimmt doch nicht, oder? Irgendwas ist passiert. Ich hab keine Ahnung. Aber ich kann die Hebel in dem Bewegen. Es muss, es muss richtig sein. Komischerweise steht hier 2 und 2 sind 4. Plus das V ist 5. Ne? Sind ja schon 9. Doch. Ne, warte mal. 4. Das sind 10 eigentlich. Egal. Irgendwie stimmt das schon. Das haben wir schon mal richtig. Wir müssen jetzt nur noch, glaube ich, die Leuchtstäbe, wollte ich jetzt schon wieder sagen, reinsetzen. Und dann müssten wir eigentlich theoretischerweise, ähm, den Fahrstuhl wieder in Gang gesetzt bekommen haben. In der Hoffnung, dass das funktioniert. So. Hallo Freunde. Wer ist hier? Keiner. Es wäre schön, wenn wir ein bisschen Öl finden könnten. Öl. Ah, hier sind wir in der Zünderbüchsen. Ja, toll. Kann ich hier irgendwo Licht machen? Ja, hier. Strom. Was? Es sind, glaube ich, die Playstation-Tasten. Kreis, Viereck. Ich kann aber nichts drücken. Okay. Was haben wir hier? Es sind nur noch zwei Stäbe für die Aufzugmaschinerie übrig. Entferne diejenigen, die stark beschädigt sind und lasse die anderen in den inneren Studienzimmer für den Fall, dass wieder alle drei brauchen. Oder, dass wir alle drei wieder brauchen. So, mal hier. Der mit seiner Leserei. Leserei. So, 14. Juli 1839. Ich habe jedes Buch zu dem Thema gelesen, das ich finden konnte. Ich kenne zwar die Legenden und weiß, was man sich erzählt. Aber mir war noch immer... Was mir aber immer noch fehlt, ist die Erkenntnis, nach der ich mich sehne. Ich habe Briefe an viele der Adressen aus Hürbets Adressbuch geschickt und antwortete von unterirdischer Bedeutung erhalten. Heute habe ich einen erhalten, der sich deutlich von allen anderen unterscheidet. Er ist von einem Baron in Preußen. Er erzählt nichts von den seltsamen Geschichten von Priestern in unterirdischen Tempeln. Er erwähnte sie nicht einmal. Er schrieb nur, ich weiß, ich kann sie schützen. Kommen Sie auf Schloss Brandenburg, gezeichnet Alexander. Was soll ich damit anfangen? Mich schützen? Wofür? Ist jemand hinter mir her? Ich suchte Brandenburg in der Karte und fand es in der preußischen Wälder nahe der Ostsee. Obwohl es der Brief mit der wenigsten Information war, den ich je erhalten habe, löste er in mir großes Interesse aus. Während ich schrieb, sind meine Gedanken in meinen Albträumen, in denen ein äußerst verstörendes Geräusch nach mir ruft. Ein Geräusch, das kaum zu beschreiben ist. Eine Stimme aus dem Nichts. Die letzten Wochen sind schrecklich gewesen, mit so vielen schlaflosen Nächten, in denen ich fürchtete, dass sich diese furchtbaren Träume wiederholen könnten. Morgen werde ich zu meinem Psychiater Dr. Tate gehen. Ich hoffe, er kann mir Beruhigungsmittel geben, damit ich besser schlafen kann. Die brauche ich auch bald, wenn ich mit dem Spiel durch bin. Dann schmeiße ich mir erstmal ein paar Baldrian ein. Wir gehen einfach mal weiter runter. Ich habe die Befürchtung, dass wir vielleicht Besuch bekommen könnten. Hier ist noch ein Zettel. Was haben wir hier? Hör auf zu lesen! Ich lese das vor, nicht du! 17. Juli 1839 Wir waren mit das Wir war Mir das nur entgangen Sie sind alle tot Abgetrennte Gliedmaßen Gespaltene Köpfe Ihre Haut Gestunden, als wären sie gekocht Es ist, als würde eine Welt zusammenbrechen Was geschieht hier? Sir William Smith Professor Taylor Und jetzt Dr. Tate Verfolgt es mich? Es kann nicht anders sein Es ist das verdammte Ding Das ich aus Afrika mitgebracht habe Etwas ist hinter mir her Ich habe keine andere Wahl Ich muss dem Baron vertrauen Er Sollte besser wissen Was er behauptet Wenn er sich irrt Wird er es bereuen Wie alle anderen Klingt so, als wäre er selber verrückt geworden Und alle getötet Oh, sag mal hier Was ist denn? Es müssen noch fehlende Zahnräder eingesetzt werden Ah, ja Dazu brauche ich erstmal Licht hier Danke Wir müssen also hier Zahnräder einsetzen Ach, guck mal in die Hand Und hier ist dann der Hebel wahrscheinlich dafür An der Maschine muss noch gearbeitet werden An der Maschine muss noch gearbeitet werden, bis sie funktioniert Ja, das kriegen wir hin Wie ist das Game? Not ist es nicht Also ich habe es damals am PC gespielt Und ich finde es immer noch total geil Es macht echt eine Menge Spaß Kann ich definitiv empfehlen Ich habe das DLC noch nicht gespielt Justine Werde ich noch machen Habe ich damals am PC auch nicht gespielt Und Machine of Picks ist auch sehr, sehr geil Hm, im Brenner ist noch nichts Ah, was man anzünden kann Kann ich die Kiste da reinschmeißen? Nö Nur ich habe schon alles vergessen Deswegen beim ersten Teil schon so lange her Ich habe so ein bisschen das Gefühl Dass meine Nase zugeht Ich weiß nicht, warum Was ist das? Warte mal, ist doch hier Das ist doch Kohle, ne, oder? Kohle Kohle, 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 Kohle Kann ich Warte mal, kann ich die Kohle nicht in den Ofen schmeißen? Ich probiere das mal Das müsste auch gehen, ne, oder? Zack Wie funktioniert das? Ja, ich probiere es mal Äh, uah So, jetzt vielleicht? Der Brenner benötigt noch mehr Kohle Ich brauche jede Menge Kohle Okay Jetzt muss ich echt Alter Muss ich jetzt jetzt jeden einzelnen Kohle-Stein da reinfügen Der Brenner ist jetzt Voller Kohle Aha Was bringt mir das jetzt? Der Ofen funktioniert schon mal Das ist schon mal super Das heißt, wir lassen den Ofen mal laufen Wo kriege ich jetzt die Zahnräder her? Sind das die hier? Ah, ja Zahnrad passt nicht an dieser Speiche Da passt es dran, okay Das heißt, wir müssen Zahnräder finden Na, schauen wir uns mal ein bisschen um Vielleicht finden wir ja welche Ich habe bisher auch noch kein Weiteres Zahnrad gefunden, oder? Ich muss mal ein bisschen mehr die Augen Ausschau halten Da ist nur eins Komm her Komm her Also voll geil Ich mag solche Spiele mit so Rätseln und so Und tralala Und auch so Horror-Atmosphäre Ist voll geil So, noch ein Zahnrad brauchen wir Dann funktioniert die Maschine wieder Und die Stäbe müssen wir wahrscheinlich dann in einen Raum einsetzen Nee, jetzt steht mir gesagt Einfach so Ist hier noch ein Zahnrad am liegen? Ja, hier Dann nehmen wir das mal mit Bing Es tut mir leid, dass ich hier überall dran knalle Das ist Ich bin nun mal ein breiter Mensch So Hallo Ah, jetzt Oh, Moment So, jetzt vielleicht Was, an der Maschine muss noch gearbeitet werden, bis sie funktioniert? Hä? Warte mal eben Äh Anleitung Dö, 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 dö Achte darauf, dass das Damm Dammstrom folgendermaßen eingestellt ist Funktion Tunnelty Dampfanlage Vier Phasen Amplitude Komplettes Dampfstromkreislauf Vielleicht müssen wir die Stäbe einsetzen Ich probier's mal Das war hier oben, glaub ich, oder? Aber woher weiß ich, wo die reinkommen? Ist das richtig? Bestimmt nicht Pass mal auf Das ist dann eben nämlich richtig, oder? Trinity Dampfstab aufgenommen Was ist denn was? Kann ich das nochmal? Nein Uah In Notizen steht da irgendwas, irgendwie von Bezeichnung oder so? Funktion der Trinity Dampfanlage Vier Phasen Amplitude und Dampfstromkreislauf Triniti Dampfanlage Dann Amplitude Triniti Dampfanlage Triniti Hallo? So, wo ist der Trinity Dampf? Da Trinity Dann machen wir als erstes mal Machen wir mal rein Amplitude Und Stromkreislauf Ich weiß nicht, ob es stimmt Keine Ahnung Müssen wir ausprobieren So Na Ja, es war so klar, dass es nicht funktioniert Das heißt, es kann ja nur eine Kombination dann quasi geben Und nur so ein bisschen ummodeln Frage ist nur wie Vielleicht den mal nach da Den nach da In der Hoffnung, dass es funktioniert Ich weiß es natürlich nicht Lalalalala Freunde Wie sieht aus Geht das jetzt? Nein, natürlich nicht Es muss mehr gearbeitet werden, bis es funktioniert Es reicht ja nicht, dass ich hier permanent drauf und runter laufe Nein Nein So, dann machen wir noch Ich weiß noch gar nicht, ob das richtig ist alles Das kann ja auch total anders sein Na Das gibt es noch nicht Das gibt es noch nicht Das gibt es noch nicht Also, ich weiß auch noch nicht Das gibt es noch nicht